Hallo, ich mag Moneten. Elburensohn wechselt bestimmt nie seine Unterwäsche. Wie sieht's aus, alles breit? Hehehehe. Wer ist denn du Burensohn? Sie ist auch Parade. Hehehehe. Was ist denn Minium? Geht los. Neeeeeeeein! Auf! Hallo? Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit zum Abkassieren. Ja, ich hab dich nicht abkassiert. Nein! Kick, kick, kick! Wenn man will, dass was anständig erledigt wird, muss man selbst dran. Besser ist es! Ich hab meinen Kaffee getrunken, beruhigt hab ich mich jetzt nicht. Ah! Oh! Leck mein Ei! Fressen, mach dich an die Arbeit! All die Fressen, dich trägt ihren Arsch, du Hurensohn! Mera! Was ist denn? Mann, ey, isnen! Meine Kaffee getrunken ist hier wirklich Eine Reiset! Hat man dir irgendwelche Digga verordnet, Möhrensohn? Oh, Albenkutzel, wie ich das rasche! Neeein! Aufhören! Tja, da will ich dir nicht widersprechen Die Formel ist sicher versteckt Und zwar an einen ganz geheimen Ort Moment mal, ich dreht dir den Arsch, du Hurensohn! Hast du Gras im Hurensohn? Junge, die Digga haben dir wohl das Hirn vernebelt Halt die Fresse und ab in die Küche! Neeeeein! 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 Ach so! He he! Meine Arbeit hier ist getan! So! Meine Augen trüben mich also nicht! Ich krieg mich nie! Ich krieg mich nie! Wir haben sie abgehängt! He he he! Eine Sekunde lang dachte ich schon, ich müsste Angst haben! Heute Party!